Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es gibt ein paar Jokes in diesem Thema. Und es war wirklich einfach eine gute Zeit, und es war einfach ein schönes Rolltrip in den USA. Und ich liebe das, wenn sie in den USA sind, es gibt einen kleinen Billboarden. Das sagt, »You're now leaving the United States! Ich hoffe, du kommst dir wieder. Und du hast einen hydraten, du hast einen Thumbs-up-Symbol. Das war ein bisschen hilarious. Das ist ein schönes Rolltrip. Es ist ein vieles Rolltrip und es ist ein vieles Rolltrip. Wenn da so vieles alles in den Marvel-Universärgarten dann auch das irgendwie man sie finden, das eine wirkliche Teile aus dem Spiel. Ich finde, es ist ein vieles Rolltrip zu finden, es sind lange zu den gleichen und überwaltens. Es ist einfach nur das viele ganze Rolltrip, Es ist einfach nur ein schönes Rolltrip als auch. Es ist eine so-so-so-so-so-so-so-so-so-so. Es ist einfach nur ein super Rolltrip, Es bringt all diese Vibrant-Vibrant-Energie zu dieser Situation um, das Hydra hat die Welt in Um, so anyway guys Pretty much my dolls on Secret Warriors Issue number 2 I really have fun with this issue I really highly recommend this series so far I think this is going to be a really fun series that a lot of people are going to be able to enjoy Um, and I'll catch you guys later Peace out Peace out